Hallo und herzlich willkommen hier jetzt zu dem zweiten Teil der Videoreihe Edi Maurer widerlegt. Wie schon bei dem ersten Video angekündigt, möchte ich mich hier jetzt mal mit dem Thema Jesus und die Tiere beschäftigen. Da hat Edi Maurer ja auch ein entsprechendes Video dazu und auch mit der Frage, ist Edi Maurer German Mourer? Also handelt es sich dabei um ein und dieselbe Person. Ja, warum das eine gewisse Bedeutung hat, werde ich natürlich noch erklären. Ja, geplant ist, so Gott will, auch noch ein dritter Teil. Dann als letzter Teil, so zumindest der Plan, zum Thema Reinkarnation, die ja auch Edi Maurer vertritt und auch die Sekte universelles Leben. Dadurch habe ich ja im ersten Teil schon die Nähe belegt zwischen Edi Maurer und dem universellen Leben. Ja, hier sieht man jetzt das entsprechende Video von seinem Kanal, Jesus und die Tiere. In identischer Form, also identischem Titel, Jesus und die Tiere, hier auch aus dem Gabriele Verlag des universellen Lebens. Ja, Edi Maurer empfiehlt auch, zum Beispiel in Videokommentaren, Bücher des Gabriele Verlags. Also hier diese Sekte von Gabriele Wittek, selbsternannte angebliche Propheten, die unter anderem behauptet, dass auch Jesus Christus zu ihr gesprochen hat. Ja, warum ist das jetzt auch eine nicht ganz uninteressante Frage, ob Edi Maurer identisch ist mit German Murer? Ich werde natürlich noch klären, wer das überhaupt ist und welche Verbindung da besteht. Edi Maurer sagt ja, hier ist jetzt aus seiner Webseite, er sagt, ich bin ein freier Christ und dass er die Videos in eigener Verantwortung produziert. Und ich möchte mal der Frage nachgehen, wie unabhängig ist er denn wirklich? Wie frei ist er denn wirklich in seiner Meinung? Offiziell, ja, er ist jetzt nicht eingeschriebenes Mitglied bei universelles Leben. Da hatte ich mit ihm auch Mail-Austausch und es gibt dort auch einfach keine eingeschriebenen Mitglieder, so wie jetzt man Mitglied in einer Partei sein kann, wo man dann richtig eingeschrieben ist. Dann ist man da eingeschriebenes Mitglied in der Kartei und wird offiziell als Mitglied geführt. Also das ist er nicht, das möchte ich auch gar nicht behaupten, sondern das ist auch eigentlich typisch beim universellen Leben, da gibt es halt Anhänger. Da stellt man keinen Mitgliedsantrag und wird dann in der Kartei fortangeführt, zahlt jeden Monat seinen Mitgliedsbeitrag oder so, sondern das sind Anhänger. Ja, also die Struktur ist dort in dem Sinne offen, aber es ist halt eine klare Nähe vorhanden zum universellen Leben. Daraus macht auch Edi Maurer gar keinen Hehl. Er hat mir auch selber geschrieben, dass es eine wahre Inspiration für ihn sei, die Werke vom Gabriele Verlag vom universellen Leben. Ja, und auch, dass er sich jetzt hier ein Pseudonym gibt, also Edi Maurer ist ja ein Pseudonym, heißt nicht wirklich so, das an sich ist aus meiner Sicht auch völlig okay. Das ist auch nichts Ehrenrühriges, das machen ja bei YouTube auch einige. Ich persönlich habe damit auch gar kein Problem, das soll halt jeder machen, wie er möchte. Wem es nicht gefällt, muss er dann auch nicht gucken. Aber das ist auf keinen Fall jetzt meine Kritik, sondern ich möchte mich damit beschäftigen, wie unabhängig ist er wirklich und möchte der Frage nachgehen, ob er das vielleicht auch verschleiert, wer er wirklich ist und welche Gründe es dafür vielleicht geben mag. Also, zum einen, das hatte ich ja auch schon im ersten Teil aufgezeigt, sehen wir ja auch auf seinem Kanal, dieses Cosmo Data Werbung. Diese Firma, genau mit diesem Namen gibt es gar nicht, das hat Edi Maurer mir auch bestätigt per Mail. Also Cosmo Data schon, aber das mit dem Werbung halt nicht. Die heißt, es gibt schon die Cosmo Data GmbH, Cosmo Data Abrechnung Service GmbH. Aber er nennt sie jetzt halt hier Cosmo Data Werbung. Ich vermute vielleicht, weil er Werbung macht für Cosmo Data. Das ist aber nur meine Vermutung. Ja, und auch im ersten Teil bin ich ja schon der Frage nachgegangen, wer steckt denn eigentlich hinter Cosmo Data? Was erstmal auffällt, hier ist auch jetzt von seiner Homepage, Impressum und Bestelladresse, dieses G. Der Buchstabe G, wie Gustav, also nennt sich als Namen eben G. Eduard Mourer. Wie gesagt, sein Pseudonym auf YouTube ist Edi Maurer. Das ist auch völlig in Ordnung, daran störe ich mich persönlich nicht, deswegen sollte sich auch keiner stören. Aber was hat denn dieses G jetzt da verloren? Im Namen Edi Maurer kommt ja G wie gar nicht vor. Oder auch hier von seiner Domain die E-Mail-Adresse Gmura, also GE. Ist das eventuell GE, also Germann Mourer, steckt er in Wahrheit dahinter? Hier haben wir nochmal dieses G, G. Eduard Mourer, Mark Heidenfeld. Also selber Ortschaft, wo auch das universelle Leben seinen Sitz hat. Ja, ich habe ihn natürlich selber auch gefragt, habe ihn gefragt per Mail, ob er und Germann Mourer ein und dieselbe Person sind. Er hat mir auch geantwortet, aber gesagt, dass er das nicht sagen möchte, weil er es für unwichtig hält. Ich habe ihn dann nochmal geantwortet und gefragt, ob er denn zumindest ausschließen könne, dass er und Germann Mourer ein und dieselbe Person sind. Aber da hat er auch gesagt, dass er das nicht ausschließen möchte. Auch nicht bestätigen, also weder bestätigen noch dementieren. Er hat es halt offen gelassen. Ja, deswegen kann ich mich nur an Indizien festhalten. Aber ich hoffe, dass er vielleicht da auch einfach das nochmal klarstellt, ob er Germann Mourer ist. Wenn er das klarstellt und mir schreibt, nein, ich habe mit Germann Mourer gar nichts zu tun. Ich bin das nicht. Bin ich auch der Letzte, der nicht dann auch selbst einen Kommentar unter meinem Video schreibe, auch gerne oben anpinne, wo ich das richtig stelle. Ja, jetzt ist nochmal natürlich die Frage, wer ist denn überhaupt Germann Mourer? Warum ist diese Frage überhaupt wichtig? Ich hatte schon gesagt, es geht da auch um seine Unabhängigkeit, die er ja behauptet, dass er freier Christ sei und auch seine Videos in eigener Produktion macht. Das will ich auch gar nicht so in dem Sinne jetzt abstreiten. Also das wird er schon so machen in eigener Regie, in eigener Produktion. Aber welche Verknüpfungen gibt es da trotzdem in Richtung FITEC-Sekte, universelles Leben? Auch hier, er wirbt ja auch für Spenden und gibt dann unter Videos hier seine Bankverbindung an. Da haben wir also auch wieder diesen Buchstaben G. Ja, kommt gar nicht in Edi Mourer vor. Eduard Edi G. Mourer gibt ja jetzt hier Empfängername an bei der Bankverbindung. Klar, könnte natürlich auch sein, dass er einfach die Bankverbindung von Germann Mourer benutzt. Aber dann stellt sich natürlich auch die Frage, in welcher Beziehung steht er zu Germann Mourer? Und wieso ist hier die Buchstabe G, wofür steht das? Er wollte es mir selber leider nicht sagen, aber es gibt doch so ein paar Indizien, die zumindest Rückschlüsse darüber zulassen, dass er und dieser Germann Mourer ein und dieselbe Person sind. Beweisen kann ich es nicht, das sage ich jetzt hier auch ganz klar. Aber ich zeige Indizien auf, Hinweise auf. Und natürlich müssen wir der Sache nachgehen, wer Germann Mourer denn überhaupt ist. Gut, also Cosmodata, das habe ich ja schon auch im ersten Teil gesagt. Das ist ja auch der Name bei seinem Kanal, Cosmodata Werbung. Ich hatte vorhin schon eingangs gesagt, die Firma heißt jetzt nicht Cosmodata Werbung, so eine Firma gibt es also nicht. Die Firma heißt offiziell Cosmodata Abrechnungs-Service GmbH in Marktheidenfeld. Und da gibt es auch eine Handelsregisternummer 4256. Die kann man natürlich auch im Register des Amtsgerichts sich anzeigen lassen. Also diesen Auszug, das ist ein öffentliches Register, kann jeder also nachrecherchieren. Und das ist jetzt von handelsregister.de dieser Eintrag. Also die Cosmodata Abrechnungs-Service GmbH Marktheidenfeld. Da kann man dann also auch die Handelsregisterauszüge sich als PDF herunterladen. Und hier, das ist so ein historischer Auszug, also da kann man sich so auch die Chronologie anzeigen lassen. Das ist also jetzt hier nicht der aktuellste Auszug, aber die sind trotzdem auch öffentlich verfügbar. Auch wenn da jetzt Änderungen vorgenommen wurden, kann man sich immer noch anzeigen lassen, wie es denn früher mal ausgesehen hat. Also hier sehen wir bei dieser Cosmodata Abrechnungs-Service GmbH, einer der Geschäftsführer, Mura Germann. Er ist es inzwischen nicht mehr. Er ist dort ausgeschieden. Davon zeugen dann auch die Änderungen, die hier in den Registerauszügen zu sehen sind, die man sich dort auch runterladen kann. Aber dieser Auszug ist halt jetzt hier von Interesse, weil wir rechts, habe ich ja auch gelb markiert, folgendes lesen. Durch Beschluss der Gesellschaft der Versammlung vom 2. September 1993 wurde dem am 15. Januar 1992 mit der Gesellschaft unter der Firma Vereinigte Christusbetriebe Holding GmbH im universellen Leben mit dem Sitz in Markt Heidenfeld-Altfeld abgeschlossen. Also hier haben wir eine ganz direkte und klare Verbindung zwischen Germann Mura und dem universellen Leben. Hier in diesem Eintrag, der wie gesagt inzwischen wurden auch einige Änderungen vorgenommen, aber man kann glücklicherweise hier auch so die Historie sich angucken, was wurde denn geändert, wer ist da wo ausgeschieden, was hat sich vielleicht an der Rechtsform, am Gesellschaftsvertrag geändert und so weiter. Und das hier ist eben die, von der historische, der erste Eintrag, den ich gefunden habe. Ja, jetzt gibt es hier im Spiritual Wiki auch noch einen Hinweis. Die Seite ist noch nicht gerade jetzt bekannt, dass es jetzt irgendwie eine christliche Seite wäre, nein, im Gegenteil. Hier wird also auch auf eine DVD aufmerksam gemacht. Und hier wird auch gleich noch genannt, der YouTube-Film Dauer, also 1.13.30 Dauer, bearbeitet und eingestellt von dem YouTube-Kanalbetreiber Edi Maurer, 2017, also fünf Jahre später. Hier werden also beide Namen auch schon mal jetzt in einem Atemzug genannt, dass also dieser Film aus dem Gabriele Verlag von Edi Maurer bearbeitet und auf YouTube eingestellt worden ist. Und wenn man jetzt hier mal, hier ist diese DVD, die könnte man auch jetzt weiterhin bestellen, im Gabriele Verlag vom universellen Leben. Die gefälschte Bibel, 9,90 Euro und auch hier wieder Cosmodata GmbH. Also genau diese Cosmodata, die auch Edi Maurer ja als seinen Kanalnamen verwendet. Dort steht eben Cosmodata-Werbung. Ich glaube nicht so recht an Zufälle. Cosmodata, also ganz klar auf German Murer, hindeutend. Und er verwendet jetzt auch diese Cosmodata. Und er hat mir auch gesagt, dass er da inzwischen ausgeschieden ist aus der Cosmodata. Aber das deckt sich dann ja auch mit den Handelsregisterauszügen. Dort ist auch vermerkt, dass German Murer dort nicht mehr einer der Geschäftsführer ist. Er ist auch dort ausgeschieden. Also es deckt sich eins zu eins. Und das ist auch wieder so ein Hinweis für mich, dass Edi Maurer in Wahrheit German Murer ist. Hier ist jetzt also seine Version, die auf seinem Kanal vorhanden ist. Wie ist die Bibel entstanden? Also laut dem Eintrag in Spiritual Wiki quasi die bearbeitete Version dieser DVD aus dem Gabriele Verlag. Also dass er die jetzt selber bearbeitet hat und auch erweitert hat. Seine Videos viel länger als diese DVD zum Beispiel zeitlich gesehen. Das glaube ich schon, dass da jetzt nicht offiziell ihm das universelle Leben, das diesen Auftrag gegeben hat. Aber es geht darum um die Nähe, um die geistige Nähe und auch um die Person. Was nämlich interessant ist, hier sehen wir auch die Produktinformation genau von diesem Film. Aus dem Gabriele Verlag. Da heißt es also hier in der Produktbeschreibung. Glaubt man der Bibel, dann hätte Gott zur Zeit des Propheten Mose Völkermorde, Todesstrafe und Tieropfer befohlen. Gleichzeitig gab Gott durch Mose jedoch das Gebot, du sollst nicht töten. Auch distanziert sich Gott durch viele Propheten des alten Bundes deutlich von den Ritualen der Tieropfer. Aber wie kommt das? Hat Gott zwei Meinungen oder wurde die Bibel gefälscht? Also soweit hier jetzt erstmal die Produktbeschreibung dieses Films vom Gabriele Verlag. Und jetzt schauen wir uns das mal an, wie er in seinem Video auf YouTube diesen Film beschreibt. Ich lese auch mal vor. Glaubt man der Bibel, dann hat Gott zur Zeit des Propheten Mose Völkermorde, die Todesstrafe und Tieropferbefohlung gleichzeitig gab Gott durch Mose jedoch das Gebot, du sollst nicht töten. Auch distanziert sich Gott durch einige Propheten des alten Bundes deutlich von den Ritualen der Tieropfer. Wie kommt das? Hat Gott zwei Meinungen oder wurde die Bibel gefälscht? Er hat also hier eins und eins zu eins diesen Text kopiert. Bis auf kleine Änderungen. Da stand vorhin hätte. Hier steht dann hat. Also dann hat Gott beim Gabriele Verlag dann hätte. Und noch ein, zwei so kleinere Abweichungen. Aber ansonsten eins zu eins rauskopiert. Auch von dieser DVD aus dem Gabriele Verlag. Reiner Zufall. Nun ja, ist wohl sehr unwahrscheinlich, dass er sich zufällig genau denselben Text ausgedacht hat. Sondern hier hat er wohl einfach Copy-Paste, die Produktbeschreibung seines Filmes rauskopiert. Der basiert auf dieser DVD aus dem Gabriele Verlag. Ja, gut, das war also noch einmal kurz auch bezogen auf den ersten Teil. Jetzt möchte ich aber mal auf das eigentliche Video zu sprechen kommen. Jesus und die Tiere. Womit ich mich ja hier eigentlich beschäftigen möchte. Ja, hier nochmal der Ausschnitt von seinem Kanal zu diesem Video. Also zunächst einmal, Gott liebt natürlich auch die Tiere. Das möchte ich mal vorausschicken. Hier lesen wir aus der Schöpfungsgeschichte 1. Mose 1. Und Gott sprach, die Erde bringe lebende Wesen hervor nach ihrer Art. Vieh, Gewürm und Tiere der Erde nach ihrer Art. Und es geschah so. Und Gott machte die Tiere der Erde nach ihrer Art und das Vieh nach seiner Art. Und alles Gewürm des Erdbodens nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild uns ähnlich. Nämlich, die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde. Auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn als Mann und Frau schuf er sie. Also natürlich hat Gott selbstverständlich auch ein Herz für Tiere. Das ist ja seine Schöpfung. Er hat auch am sechsten Tag die Säugetiere erschaffen und nach ihnen dann den Menschen. Nur er hat ihn eben auch als Krone der Schöpfung erschaffen. Bei Edi Maurer und beim universellen Leben sind die Tiere so eine Art Geschwister. Sind unsere Brüder. Klar, Gott liebt sie, aber sie sind nicht unsere Geschwister. Ja, und das ist doch ein großer Unterschied. Und die Bibel sagt auch, dass wir gut zu Tieren sein sollen. Beispielsweise hier Sprüche 12, Vers 10. Der Gerechte erbarmt sich über sein Vieh, das Herz des Gottlosen aber ist grausam. Also da muss man schon auch klar sagen, die Bibel wendet sich auch deutlich gegen Tierquälerei. Das ist grausam. Auch jetzt kann man durchaus auch so Massenbetriebe einbeziehen. Wo Tiere jetzt auf engstem Platz hausen und dann zur Schlachtbank geführt werden. Das ist auf jeden Fall nicht im Interesse Gottes. Das möchte ich an der Stelle auch mal klarstellen. Ich widerlege hier zwar Edi Maurer, schräg schräg universelles Leben. Aber dennoch muss auch gesagt werden, dass von der Bibel her der Mensch auch Acht geben soll auf die Tiere. Hier auch noch mal Sprüche 27, 23. Habe Acht auf das Aussehen deiner Schafe und nimm dich der Herden an. Vom Neuen Testament hier zum Beispiel Lukas 12, Vers 6. Verkauft man nicht fünf Sperlinge um zwei Groschen und nicht ein einziger von ihnen ist vor Gott vergessen. Gott kümmert sich auch um die Tiere. Sie sind nicht vergessen bei Gott. Aber es gilt auch Matthäus 6, Vers 26. Seht die Vögel des Himmels an. Sie säen nicht und ernten nicht. Sie sammeln auch nicht in die Scheunen. Und euer himmlischer Vater ernährt sie. Doch seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Also hier wird klar, dass Gott auch für die Tiere sorgt. Hier am Beispiel der Vögel. Aber der Mensch ist eben für Jesus Christus auch mehr wert. Also man kann nicht sagen, dass die Tiere jetzt Geschwister von uns sind, sondern der Mensch steht über ihnen. Was nicht heißt, wie gesagt, dass der Mensch das ausnutzen soll und Tiere jetzt quälen soll. Ganz und gar nicht. Aber der Mensch steht über den Tieren. Das ist ganz klare Botschaft hier aus dem Wort Gottes. Ja, jetzt mal hier ein Auszug aus diesem Video von Edi Maurer. Er beruft sich dann nämlich des Öfteren und zitiert aus einem angeblichen Ur-Evangelium, welches sich auch nennt das Evangelium des vollkommenen Lebens. Hören wir hier mal kurz rein. Hieronymus nannte dieses Evangelium des Apostels Matthäus nicht zu verwechseln mit dem Matthäus-Evangelium der Bibel, auch das Evangelium der Apostel. Der anerkannte Bibelwissenschaftler des 4. Jahrhunderts nannte es das Evangelium der Zwölf. Das ist deshalb interessant, weil ein gewisser Gideon Jasper Richard Osley im Jahre 1901 ein Evangelium mit dem Titel »Das Evangelium der Heiligen Zwölf« veröffentlichte, das laut einigen Quellen aus dem Aramäischen ins Englische übersetzt wurde mit dem Hinweis, dass es sich um ein ursprüngliches Evangelium der Urchristen handelt. Später wurde diese Schrift auch unter dem Titel »Das Evangelium Jesu« oder »Das Evangelium des vollkommenen Lebens« bekannt und diese Schriften können noch heute erworben werden. Ja, soweit dieser Ausschnitt stimmt, man kann das heute sich noch besorgen. Das ist ja sowieso eine der Grundlagen bei Edi Maurer und beim universellen Leben. Sie stützen sich auf gnostische Apokrypheschriften, die wir so in der Bibel nicht finden. Und er behauptet, ja, das hätte irgendeine Verschwörung gegeben oder die katholische Kirche oder so hätte da verhindert, dass das Einzug hält in die Bibel. Ja, okay, also schauen wir uns aber dieses Evangelium, dieses angebliche Evangelium des vollkommenen Lebens auch mal etwas genauer an. Denn Edi Maurer beruft sich oft auf Wikipedia, also ganz oft in Filmen oder so zitiert er da Wikipedia. Er lässt aber auch einiges weg, erwähnt nicht, dass es bei Wikipedia auch ganz klare Aussagen gibt zu diesem angeblichen Evangelium. Hier ist aus dem englischen Wikipedia davon ein Eintrag. Da heißt es, The Gospel of the Holy Twelve presents vegetarian versions of traditional teachings and events described in the canonical New Testament. Das Ganze ist jetzt hier auf Englisch. Ich habe das auch in einer übersetzten Fassung, die ich jetzt gleich zeige, wer das aber im Original lesen will. Hier steht ja unten auch der Link. Oder pausiert das Video und lest es auch ruhig mal im englischen Original. Hier ist die übersetzte Fassung. Ich lese das jetzt hier mal vor. Dieses Evangelium des vollkommenen Lebens, oder hier im Englischen The Gospel of the Holy Twelve, präsentiert eine vegetarische Version des Neuen Testaments. Im Text der englischen Fassung von Wikipedia heißt es, gut, das lasse ich mal weg, ich habe es nämlich hier auch gleich übersetzt, da steht dann zu Deutsch, Das erläuternde Vorwort bezog sich auf ein altes Quellenmanuskript, das in den Klöstern von Tibet aufbewahrt wird, das nie hergestellt oder nachgewiesen wurde. In späteren Ausgaben, die in den frühen 1900er Jahren veröffentlicht wurden, revidierten die anonymen Herausgeber ihre Behauptung, indem sie feststellten, dass der Text von verstorbenen Mystikern in Träumen und Visionen der Nacht kommuniziert wurde. Also allein das ist ja schon ein starkes Stück. Hier haben wir also ein angebliches Evangelium, das basiert auf Träumen und Visionen der Nacht. Weiter heißt es in dem Wikipedia-Artikel, hier auch jetzt in der deutschen Übersetzung, das Werk wird von akademischen Bibelwissenschaftlern nicht anerkannt und von modernen Theologen und Historikern der Tierrechtsbewegung abgelehnt. Als Reaktion auf eine Kampagne von People for the Ethical Treatment of Animals, die behauptete, Jesus war Vegetarier, verwies Reverend Professor Andrew Lindsley auf das Evangelium der Heiligen Zwölf und ähnliche Publikationen und erklärte, so sehr ich es auch versuchen mag, ich kann keine Beweise für ihr Alter finden und ich fürchte zutiefst, dass sie Werke der Fiktion sind. Die thematische Tendenz von Reverend Osley, also dieser Osley, der auch anklang eben in dem Ausschnitt aus dem Video von Edi Maurer. Die thematische Tendenz von Reverend Osley, traditionelle Bibelstellen im Laufe seiner Publikationstätigkeit vegetarisch zu überarbeiten und umzuschreiben, wird von John M. Gellini untersucht, der feststellt, dass die Authentizität des Evangeliums der Heiligen Zwölf vom Tierrechtspionier Henry Stephen Solt in einem Memoir sowie in der vegetarischen Presse ernsthaft in Frage gestellt wurde. Also dieser Osley, er hat dieses angebliche Evangelium vegetarisch überarbeitet und umgeschrieben. Also genau das Gegenteil, was Maurer und natürlich auch viele andere behaupten, da hätte irgendjemand in der Bibel umgeschrieben oder da wäre irgendwas entfernt worden oder gefälscht worden. Nein, die Schrift, auf die er sich selbst oft beruft, die ist vegetarisch überarbeitet worden und umgeschrieben worden. Das wird allerdings Edi Maurer wohl kaum einräumen, auch wenn es genauso in Wikipedia steht wie viele andere Dinge, die er selbst von Wikipedia nimmt oder sich dann darauf beruft. Gucken wir uns jetzt nochmal einen Ausschnitt an, der auch die Rolle von Jesus Christus und seinen Opfertod betrifft. Im 76. Kapitel berichtet das Evangelium über das letzte Abendmahl, das Jesus von Nazareth mit seinen Aposteln und Jüngern anschließend an das Paschamal feierte. Dabei wird noch einmal im Detail geschildert und aufgezeigt, dass Jesus von Nazareth tatsächlich hingerichtet wurde, weil er keine tote Nahrung zu sich nahm und deshalb die vorgeschriebene Tötung eines Lammes nicht zuließ. Also er behauptet hier ernsthaft, dass Jesus deswegen ans Kreuz musste, weil er sich geweigert habe, das Paschalam zu essen. Also das ist natürlich Bibelverdrehung aller ersten Grades. Wir wissen, dass Jesus Christus ans Kreuz musste, weil er für die damalige herrschende Kaste an Pharisäern, Hohepriestern, Gesetzesgelehrten anmaßend sich als Sohn Gottes, als Gott selbst ausgegeben habe. Und das empfanden sie als Gotteslästerung. Und deswegen wurde er völlig unschuldig gekreuzigt, auch für uns Menschen. Dieses Opfer geschah aus Liebe. Er nahm so die Sünden weg von uns, auf alle, die sich im Glauben auf Jesus Christus darauf berufen. Unfassbar, dass die Botschaft hier nicht nur verwässert wird, sondern ins Gegenteil verkehrt wird, dass angeblich Jesus deswegen ans Kreuz musste, weil er das Passalam nicht gegessen habe, weil er angeblich, so ist ja auch so die Botschaft von Edi Maura und universelles Leben Vegetarier gewesen sei. Hier sehen wir das auch, Evangelium des vollkommenen Lebens, Kapitel 76, habe ich hier mal reinkopiert. Da geht es also jetzt hier so um das letzte Abendmahl. Ich habe ein paar Sachen gelb markiert, 27 heißt es hier. Nun war Judas Iskariot in das Haus des Kaifers, also das war der Hohepriester da zu der Zeit, gegangen und sprach zu ihm, siehe, er hat das Ostermahl gefeiert mit dem Matzer anstelle des Lammes. Also Matzen, das kennt man ja, das ist dieses ungesäuerte Brot. Er hat also angeblich anstatt des Lammes hier einfach diese Matzen gegessen. Ich habe ein Lamm gekauft, doch er hatte verboten, dass es getöten werden solle. Dann weiter unten noch, auch gelb markiert, seine Tat ist es Todes wert. Das sagt jetzt dann hier Kaifers. Seine Tat ist es Todes wert, denn es ist eine schwere Übertretung des Gesetzes. Wozu brauchen wir noch einen Zeugen? Ja, klingt teilweise, oder Teile davon klingen biblisch, aber das ist so eine unfassbare Verdrehung, wo er hier behauptet, warum Jesus Christus getötet werden musste, weil er angeblich das Lamm nicht essen wollte. Ja, ich habe hier mal noch ein paar andere Ausschnitte aus diesem angeblichen Evangelium des vollkommenen Lebens, damit man auch sieht, wie absurd diese Schrift ist und wie wir ja vorhin auch erfahren haben, ja auch ohnehin ein Fake ist. Hier heißt es zum Beispiel, Und als Jesus 18 Jahre alt war, war er mit Miriam verheiratet, einer Jungfrau aus dem Stamme Judah, und er lebte mit ihr sieben Jahre lang, bis sie starb, denn Gott nahm sie zu sich, damit Jesus zu den höheren Dingen frei werde. Also hier ist angeblich Jesus Christus auch noch verheiratet gewesen. Und Gott nahm sie zu sich, damit Jesus dann zu den höheren Dingen frei werde. Also als ob, erstens natürlich war Jesus Christus überhaupt nie verheiratet und er musste auch nicht frei werden für irgendwelche höheren Dinge. Er ist der Sohn Gottes, Gott selbst. Weiter heißt es hier, Und Jesus, da er das Studium des Gesetzes vollendet hatte, ging wieder nach Ägypten, auf dass er die Weisheit der Ägypter erlerne. Nein, also unglaublich. Jesus Christus sollte da noch irgendeine Weisheit erlernen, erlernen er, der Sohn Gottes, Gott selbst, der allwissende, allmächtige Gott, der uns eben in Jesus Christus begegnet. Und er erhielt die Kraft des göttlichen Namens, durch welche er viele Wunder wirkte. Also er hat hier auch die Kraft Gottes sozusagen erst bekommen. Ja, dann hier zwölf heißt es noch, Und er erlernte die Sprache der Tiere und der Vögel und die Heilkräfte der Bäume, Kräuter und Blumen und die verborgenen Kräfte der Edelsteine und lernte auch die Bewegungen der Sonne und des Mondes und der Sterne. Also hier Astrologie, hätte er angeblich auch die verborgenen Kräfte gelernt. Und die Macht der Schriftzeichen, die Mysterien des Kreises und des Winkelmaßes und die Verwandlung der Dinge und Formen und so weiter. Weiter heißt es hier noch, Und die Tiere des Feldes empfanden Ehrfurcht vor ihm, denn der Geist gottähnlicher Menschlichkeit erfüllte ihn. Gottähnlich. Ja, das ist immer hier diese große Gefahr. Hier wird ein anderer Jesus gepredigt, ein anderes Evangelium. Davor warnt uns schon die Bibel. Paulus sagt sogar, es sei verflucht, wer euch ein anderes Evangelium oder einen anderen Jesus predigt, weil die Menschen dadurch in die Irre geführt werden. Edi Maurer sagt zum Beispiel, hat er mir auch selber geschrieben, dass er Jesus liebt. Ja. Ich glaube eben, dass er Jesus liebt, aber er liebt einen falschen Jesus. Er liebt irgendeinen Fantasie-Jesus und der Glaube an eine Fantasie-Jesus bringt überhaupt nichts. Er negiert hier auch, dass Jesus Christus selbst von Ewigkeit her Gott ist, als Teil der Dreieinigkeit, als Vater, Sohn und Heiliger Geist. Hier sieht man es ja, es geht dann um irgendwas Gott-Ähnliches, er sei schon göttlich. Er sagt auch, Jesus ist für ihn der Sohn Gottes, aber nicht, dass er Gott selbst ist, auch der Gott des Alten Testamentes, dass der Gott des Alten Testamentes identisch ist mit Jesus Christus. Jesus sagt aber, ich bin dasselbe gestern, heute und in Ewigkeit, im Hebräerbrief. Also auch der Gott des Alten Testamentes, JHWH, ist Jesus. Und Jesus ist auch dieser Gott des Alten Testamentes, JHWH, in der Trinität, aus dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist, alle drei, die Gott sind. Dann in der Schrift heißt es zum Beispiel auch, heiliges Vater, Mutter, kommt dort ganz oft vor, auch das Vaterunser, da heißt es dann, Vater und Mutterunser. Hier haben wir so eine Anspielung auf das hohe priestliche Gebet von Jesus, was wir ja in Johannes 17 lesen. Wird hier auch völlig umgedeutet, heiliges Vater, Mutter. Ich will auch, dass alle, die du mir gegeben hast, ja alle, die leben mit mir sind, wo ich bin, auch dass sie teilhaben an dem Ruhm, den du mir gegeben hast, da du mich liebest in alle und alle in mir, bevor die Welt erschaffen worden ist. Ja, also von einer Mutter lesen wir da nun wirklich nichts in der Bibel. Bei Gott sind, vor Gott sind Mann und Frau völlig gleich. Ja, und der hat sie auch erschaffen als Mann und Frau, aber dennoch stellt sich uns Gott in seinem Wort eben als Vater vor. Ja, das sind nur einige der Verdrehungen. Da gibt es noch reichlich, da könnte man hier noch zwei Stunden referieren, um die ganzen Verdrehungen hier alle im Detail noch aufzeigen zu wollen. Wer hat Jesus denn das Passerlamm jetzt eigentlich gegessen? Das ist ja die Frage. Die Mauer sagt ja, er habe es nicht gegessen und sei deswegen ans Kreuz gegangen. Hier lesen wir so in Lukas 22. Der Meister lässt dir sagen, wo ist das Gastzimmer, in dem ich mit meinen Jüngern das Passer essen kann. Essen, das Passer essen kann. Und jener wird euch einen großen, mit Polstern ausgelegten Obersaal zeigen. Dort bereitet es zu. Sie gingen hin und fanden es, wie er ihnen gesagt hatte. Und sie bereiteten das Passer. Und als die Stunde kam, setzte er sich zu Tisch und die zwölf Apostel mit ihm. Und er sprach zu ihnen, mich hat herzlich verlangt, dieses Passer mit euch zu essen, ehe ich leide. Denn ich sage euch, ich werde künftig nicht mehr davon essen, bis es erfüllt sein wird im Reich Gottes. Also hier sehen wir ganz klar, er hatte das Verlangen, das Passerlamm mit ihm zu essen. Und ich werde künftig nicht mehr davon essen. Also nicht mehr heißt ja, wenn er sagt, nicht mehr. Er hat es hier eben gegessen, zunächst einmal zum letzten Mal, bis es erfüllt sein wird im Reich Gottes. Also natürlich hat Jesus Christus auch das Passerlamm gegessen. Was Edi Mauer auch völlig unterschlägt, der Sinn überhaupt des Passerfestes. Das Passer des Herrn wurde am 14. Tag des ersten Monats, Nisan, gehalten. Es erinnerte an die Erlösung Israels aus der Sklaverei in Ägypten. Das Passerlamm war ein Vorbild auf Christus, das Lamm Gottes, unser Passer. 1. Korinther 5, Vers 7, kommt auch gleich noch, dessen Blut für uns vergossen wurde, um uns aus der Sklaverei der Sünde zu erlösen. Es sollte ohne Fehler sein, was von der sündlosen Natur Christi spricht. Ein männliches, einjähriges Lamm sollte es sein. Hier und jetzt auch noch der angesprochene Vers aus dem ersten Korintherbrief. Darum fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, da ihr ungesäuert seid. Denn unser Passerlamm ist ja für uns geschlachtet worden, Christus. Das heißt, Gott selbst hat dieses Passer eingesetzt als Erinnerung. Es erinnert an die Erlösung. Das Passerlamm steht für Erlösung, ist ein Bild auf Jesus Christus. Also auch schon im Alten Testament ist dieses Passerfest und dieses Passerlamm ein Bild auf das wahre Lamm Gottes. Jesus wird ja auch als Lamm Gottes bezeichnet, das für uns geschlachtet wurde. Hier war es das Passerlamm, das einfach schon vorgeschattet hat, dieses wahre Opfer in Jesus Christus. Die Zusammenhänge, die hat eben Edi Maurer gar nicht verstanden. Ist ja auch klar, wenn er selber sagt, Jesus hätte das Passerlamm gar nicht gegessen, dann hätte Jesus ja seinen eigenen Worten widersprochen. Jesus Christus ist ja selbst Gott und Gott selbst, er hat dieses Passer eingesetzt. Also es kann ja wohl nicht sein, dass der Gott des Alten Testamentes das Passer einsetzt und Jesus Christus plötzlich die Sache ganz anders sieht, da er selbst Gott ist. Ich und der Vater sind eins. Wenn wir auf Jesus blicken, sehen wir, wie Gott ist. Ja, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und das Wort war Gott. Ja, also so heißt es kurz zusammengefasst ja auch schon im Johannes-Evangelium. Ja, ist denn wirklich Jesus selbst Gott der Jotavia des Alten Testamentes? Selbst wenn man jetzt mal das Neue Testament außen vor lässt, kann man das auch schon aus dem Alten Testament her beweisen. Also dort, wo es noch gar kein angebliches Ur-Evangelium gab, kein Evangelium des vollkommenen Lebens und so weiter, auch das Alte Testament macht schon klar, dass Jesus selbst, Jachwe ist der Gott des Alten Testamentes. In Sacharja 12 ist ein bisschen längerer Text, aber ich lese es mal. Hier spricht die ganze Zeit derselbe Sprecher. Alles, was hier zu sehen ist, da wechselt nicht irgendwo der Sprecher, sondern der Sprecher ist immer der Gleiche. Dies ist die Last, das Wort des Herrn. Also immer, wo Herrn steht oder Herr, großgeschrieben, meint die Bibel J-H-W-H. In älteren Übersetzungen steht da auch nicht Herrn in Großschrift, sondern da wird der Gottesname noch genannt. In den neueren Übersetzungen hat man halt jetzt, schreibt man halt jetzt einfach immer Herrn oder Herr in Großbuchstaben. Damit ist immer gemeint Jachwe. Also ich fange nochmal an. Dies ist die Last, das Wort des Herrn über Israel. Es spricht der Herr. Wer spricht hier also? Ja, Jachwe. Der den Himmel ausgespannt hat und die Erde gründet und den Geist des Menschen in seinem Inneren bildet. Siehe, ich mache Jerusalem zum Taumelkelch für alle Völker ringsum und auch über Judah wird es kommen bei der Belagerung Jerusalems. Und es soll geschehen an jenem Tag, dass ich Jerusalem zum Laststein für alle Völker machen werde. Alle, die ihn heben wollen, werden sich gewisslich daran wundreißen und alle Heidenvölker der Erde werden sich gegen es versammeln. An jenem Tag, spricht der Herr, will ich alle Pferde mit Scheu schlagen und ihre Reiter mit Wahnsinn. Über das Haus Judah aber will ich meine Augen offen halten und alle Pferde der Völker will ich mit Blindheit schlagen. Und die Fürsten Judas werden in ihrem Herzen sagen, meine Stärke sind die Bewohner Jerusalems durch den Herrn der Herrscheren, ihren Gott. An jedem Tag will ich die Fürsten Judas wie einen glühenden Ofen zwischen Holzstößen machen und wie eine brennende Fackel in einem Garbenhaufen und sie werden zur Rechten und zur Linken alle Völker ringsum verzehren. Jerusalem aber soll wieder bewohnt werden an seinem alten Platz, nämlich in Jerusalem. Und der Herr wird zuerst die Zellte Judas erretten, damit der Stolz des Hauses David und der Stolz der Bewohner Jerusalems sich nicht über Judah erhebt. An jenem Tag wird der Herr die Einwohner Jerusalems beschermen, sodass an jenem Tag der Schwächste unter ihnen sein wird wie David und das Haus David wie Gott, wie der Engel des Herrn vor ihnen her und es wird geschehen an jenem Tag, dass ich danach trachten werde, alle Heidenvölker zu vertilgen, die gegen Jerusalem anrücken. Und jetzt kommt das Entscheidende, der Sprecher ist immer noch dasselbe, aber über das Haus David und über die Einwohner von Jerusalem will ich den Geist der Gnade und des Gebetes ausgießen und sie werden auf mich sehen, immer noch spricht hier Jachve, den sie durchstochen haben. Ja, sie werden um ihn klagen, wie man klagt um den eingeborenen Sohn und sie werden bitterlich über ihn Leid tragen, wie man bitterlich Leid trägt über den Erstgeborenen. Ja, das ab Vers 10 hier, Jesus Christus gemeint, es ist klar, den sie durchstochen haben. Also es ist ganz eindeutig, Jesus Christus ist selbst Gott, auch der Gott hier des Alten Testamentes, das wird ja oft versucht zu konstruieren, dass der Gott des Alten Testamentes nicht identisch sei mit Jesus, ja, aber im Alten Testament selbst steht es so, hier steht es so, da gab es noch keine Ur-Evangelien oder gnostische Schriften, das war ja alles hier davor, sagt der Prophet Zacharja, hunderte Jahre davor und da steht es schon. Ja, und das ist vielleicht kann man sagen, der größte Irrtum des Edi Maurer natürlich nicht nur von ihm, nicht nur universelles Leben, Hulda Offenbauer beispielsweise, hatte ich auch ein Video gemacht, bestreitet das auch, viele andere sehen das auch so, ja, das Wort Gottes spricht eine andere Sprache und er stiftete eben auch das Passa als dauernde Erinnerung an die Errettung Israels durch das Blut des Lammes, als bleibendes Gedenken an seine Gnade und Barmherzigkeit das heißt, dieses Fest erinnert uns an Gnade und Barmherzigkeit an Errettung im Mal des Herrn hinterließ er uns ein Gedenken an unsere Errettung durch das Blut eines besseren Lammes als unvergessliche Erinnerung für uns dass er gnädig und barmherzig ist denn Passa erinnert uns an die Errettung und Jesus Christus wurde im Passa Fest eben schon sinnbildlich vorgeschattet er ist das Zentrum überhaupt der gesamten Bibel und er ist das wahre Passa Lamm das sich hat schlachten lassen für uns und selbstverständlich hat Jesus auch das Passa Lamm gegessen hat auch Fisch gegessen hat Fleisch gegessen denn er würde ja wohl kaum seine eigenen Worte hier aus dem Alten Testament plötzlich ins Gegenteil verkehren er der ja selber Gott ist der hier auch selber spricht an Sahaja 12 was wäre das für ein Widerspruch deswegen ist es das was Edi Maurer und universelles Leben und natürlich auch alle anderen die sich da anschließen verkünden das sind antichristliche Irrlehren und auch wenn er sagt er liebt Jesus ich hoffe dass er noch den wahren Jesus Christus lieben lernt ich bete für ihn wirklich aufrichtig und bete zu Gott dass Edi Maurer auch noch das erkennt und Buße tut umkehrt und gerne wer auch möchte bete auch mit für ihn er könnte ja ein guter Vertreter des wahren Evangeliums sein momentan verführt er leider noch viele er hat ja auch nicht gerade wenig Abonnenten viele die dem glauben sind ja auch teuer produzierte Videos er sagt 3000 Euro im Schnitt kostet ihn so ein Video ja und wie schon erwähnt man ist es noch nicht mal ganz sicher wem spendet man hier eigentlich German Murer ich habe ja einige Anzeichen aufgelistet die ja diesen Rückschluss nahelegen dass er in Wahrheit German Murer ist wenn er das mir gegenüber erklärt oder aufklärt ich werde das sofort hier dann auch richtig stellen da muss er aber auch wirklich erklären wie da muss er diese Hinweise die hier genannt werden auch einmal erklären einfach mal sich selbst erklären na gut das soll es gewesen sein ein weiterer teil ist wie gesagt noch geplant zum Thema Edi Maurer und Reinkarnationslehre bis dahin wünsche erst mal gottes segen vielen dank fürs zuschauen macht es gut ciao